. Also links und soviel liegen, Blaschmann aufmachen und schlussend den Patrick Führer und den Patriot Retter. Macht's gut. Mit den beiden Heli und das sind Nachbauten von original beiden Herstellten von der Firma Bell für die ganze Bühne, was die von so Jahren gab. Aber die Cobra, das ist die Lichtmaschine. Das ist ein Top-Elikopter eingesetzt von den US-Mobwaffen zur Seite von dem Abkrieg. Das ist die Bell Cobra. Hier kommt der Amri. Das ist der Bell 205. In den US-Mobwaffen im gleichen Zeitraum. Die Maschine und viel für Gruppentransport. Und die Musik ab von der Show kann anfangen. von der Amri. Verrschung. 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 Das ist die Vedraph. Verrschung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.